Du, Andy, Go geht wieder an. Was macht man? Große Motoren gehen eigentlich immer. Und ein bisschen sexy könnte es einmal sein. Na, also ich glaube, wir bleiben bei dem, was wir können. Ja, unbedingt. Bitte. Das neue Go. Ab 7. September, jeden Samstag in Sat.1 Österreich. Powered by Turmöl. Tankbare Preise. Das ist das Neum Additional Außen promptly.